Schusterei steht leer, aber wir haben genug. Okay, du? Machst jetzt erstmal Speere. Und zwar so lange, bis du da Meister drin bist. Danach bist du nur noch Holzfäller und Tischler. Und gut zu sehen, dass Nahrung jetzt endlich bei ihnen ankommt. Ja, Öl wird benötigt. So, Goldschmiede ist fertig. Er kann dann Gold schmieden. Ach, du holst Holz von hier. Okay. Der Holzfäller lehrt sich auch langsam. Ja, das Gute an der Speermacherei ist, er... Sammelt schnell Erfahrung. Er muss nur fünfmal arbeiten. Es kommen allerdings auch nur drei Speere dabei raus. Ja, sonst läuft alles gut gerade. Ich meine, die Nahrung wird wieder viel mehr hier oben. Leder auch. So, du bist erwachsen und lernst Holzfäller. Er findet kein Holz. Es ist ein bisschen unpraktisch. Ich wollte gerade fragen, wieso bist du hungrig? Du bist zu Hause. Ich kusier, wir sind ein bisschen was. Tödo, drei! Ich bin ein bisschen dafür. Wenn wir in die Schuze haben, Du hast das. Ich bin ja schon. so. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Du bist gut. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. So, du hast Holzfäder gelernt. Dann arbeite mal. Ja, wir bräuchten eh noch einen Weg, weil es hierhin ist. Naja, komm. Du wirst mal kurzzeitig kundschaften wir wieder. Du baust uns mal hier einen Wegweiser hin. Der sich hoffentlich dann mit dem hier und nur mit dem hier verbindet. Nein, er verbindet sich auch mit dem oberen. Den oberen brauchen wir nicht unbedingt, so. Und wenn du schon dabei bist, noch einen hier. Den wir dann mit dem und dem hier verbinden, aber nicht mit dem hier. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Holz. Ja, hier unten ist genug Holz. Kann ich mir überlegen, ob ich mit meinem Kundschafter jetzt hier oben die Obstbäume weggaue. Um dort dann die... Ähm... Also ist okay. Um dort die Eisenschmelze hinzubauen. So, du hast Speermacher erfunden. Das mit nur zwei Speeren. Ja. Ja... So. ja weizen ist immer noch so eine sache aber es wird ja wieder reif und kann abgebaut werden was ist eigentlich mein toller kunstschaffter erst davor habe ich den hingeschickt nach dahin so jetzt solltest du auf jeden fall holz finden dass wir was essen ok ja bogenmacher ist auch wieder so eine sache am ersten ersten hier sein wurde doch hier war dann doch eher hier und er hat schon mal das weizen das ist gut holz und nehm kriegt er ja in der nähe das weizen war halt ein bisschen weg jo oh nebenbei du siehst hier beim goldschmied ein oh du kannst wirklich nur die goldnuggets verwenden die du hier oben hast aber du weißt wenigstens wo du sie herkriegst gut so zwei familienhaus eins ist fertig so du bist jetzt hauptsächlich lederlos geworden jetzt musst du nahrung loswerden so 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 ja jetzt kommt gut rein hier hier auch ich lasse die sperrmacherei stehen wenn sie hat einmal voll ist sie voll ich habe gerade mit dem gedanken gespielt sie abzureißen so ah ne du baust das zweifamilienhaus hier bitte so es wird noch einmal holz das dürfte er hier von hier unten irgendwo bekommen und dann ist gut so so goldproduktion läuft es fehlt nur noch wirklich die waffenproduktion selber naja das andere scheint wirklich jetzt einwandfrei zu laufen außerhalb der waffen und rüstungsproduktion und ja das muss dann alles hier unten eben hin also also die beiden waffen waffen und rüstung spielt ich glaube die werkzeugschmiede kann ich hier noch dazwischen quetschen und so weit ist der weg dann ja nicht so eisenmine ist fertig das heißt du könntest dich dann demnächst mal dran machen oh geschirr geschirr ist noch genug da Möbel auch Schuhe ebenso so es geht los eisen wird geschmolzen so so ihr baut mir wirklich erstmal das zweifamilienhaus super mal wenn ich so in meine gebäudeliste gucke ähm ja hier in klammern ist halt wie die im bau befindlichen und vorne ist die gesamtzeit also so wie ich jetzt ähm insgesamt habe ich sieben dreifamilienhäuser davon wird aber eins gebaut gerade können wir ganz leicht überprüfen äh eins zwei drei vier fünf sechs sieben ja sehr gut und sei es ein schirfer lernt schnell und das